Folge Nummer 7 von Avorion. Wir waren letzt mal hier beim Habitat und haben da Nahrung hingebracht. Also Essen auf Rädern war es jetzt nicht, aber Essen im Raumschiff. Und ja, wir müssen jetzt weiter gucken, dass wir ein bisschen Geld machen. Unsere Miner müssten ja überall unterwegs sein, oder? Du kannst das Schiff nehmen. Ist schon klar. Hier haben wir ja auch noch einen, ne? Ja, einer auf jeden Fall ist schön am Basteln. Dann lassen wir das raus aus der Karte und überlegen, was wir als nächstes machen. Da ist noch ein Depot. Wir haben ja da jetzt die Möglichkeit, wieder mal reinzugucken, was es da so gibt. Ein Depot, Ausrüstungs-Doc ist es nicht, Depot. So, Ausrüstung handeln, Sold out, Verstecktransmitter, Sinne... Achso, wir müssen mal hier auf 1 gehen. Schildbooster ist gerade im Angebot. Radar, Radar, okay. Standort, Beschützturm, Beschützturm, Interneverdeckung, Beschützturm. Da ist jetzt nichts bei, was interessieren würde. Dreifach, Doppel, 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 Eisen, Dreifach, Point, Defense, MG, kein R dabei, oder? Gut, das heißt, wir müssen mal Richtung Zentrum mehr in die Richtung kommen eigentlich, um solche R-Geräte zu bekommen, zum Verkaufen, ne? Ja, äh... Können wir noch mal reingucken hier. Eisenverbrech, Hochdruck, Militärstütz, Neuer, Bedur, Ausrüstungs-Doc, Schiffswerf, Tunnels-Posten. Ja, auf der Karte könnte man natürlich auch noch mal gerade gucken, was hier so... Der müsste ja was haben, wenn, oder? Hochdruckröhrenfabrik hat auf dem schwarzen Bratt was stehen. Befreie Sklaven, schwer. Die für Hochdruckröhren, einfach. Wir haben aber schon ein bisschen mehr. Gehen wir da wieder rein. Das war hier gerade, ne, oder? Ja, ist ja ausgewählt. Reparaturdock, oder war das nicht ausgewählt? Essensfabrik, okay. Essen sollen wir da liefern, 21 für Freiesklaven. Hatten wir das gerade? Weiß ich nicht. Äh, das hatten wir jetzt auf jeden Fall gerade. Achso, da ist nix dran. Dann ist da aber was dran. Reparaturdock hat ne Aufgabe. Ressourcen knapp bei 15 Kraftgeneratoren. Die, äh, haben wir leider das Geld nicht für. Die Militärstation hat auch noch was. Äh... Schwarzes Brett. Piraten sollen wir da vernichten. Da sind wir jetzt aber noch nicht so ganz in der Lage für, glaube ich. Äh... Das hat nur... Ja, das ist schön. Da gucken wir mal. Da hinten ist noch ne Werft, oder was, ne? Komme ich da dran, also... Ich glaube, jetzt habe ich sie, oder? Überführungsfahrt, das ist mal was anderes, ne? Wir brauchen einen guten Piloten, der ein wenig Zeit hat. Wir haben diese schmuggelige Schniff, das einen reichen Kunden übergeben werden soll. Leichtes Geld für einen erfahrenen Piloten. Ja, hört sich doch gut an, ne? Überführungsfahrt. Ich will hoffen, dass es nicht ganz so weit weg ist. Schiffswerft. Nehmen wir das an, oder nehmen wir das eigentlich an? Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber wir werden es sehen, oder? Wenn du das Schiff überführen willst, musst du eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Du bekommst dieses Kaution zurück, wenn du das Schiff zur angegebenen Position gebraucht hast. Die Kaution wird direkt 26, haben wir. Ich will das doch nicht machen. Ja, zack. Ah, das Schiff sichert ein Sektor. Flieger, das Schiff sichert ein Sektor. Wir drücken T, um es zu betreten. Geht das hier schon? Wohl ja, ne? Achso, wir sind so weit draußen, dass wir... Okay. Können wir uns mal angucken, oder? Isar ist Schiff. Hülle, 688. Okay, etwas länglich. Generator da drin, da. Mannschaftslohn, 100 Credence. Nötige Mechaniker, einer. Frei, meine Schütze. Feuerkraft, keine. Hangargröße, keine. Mannschaftskortiere, um 19. Frachtraum, 59. Na, das ist ein ziemlich kleines Ding. Slots sind alle frei. Naja, okay, dann wollen wir mal gucken, wo wir das hinbringen müssen, ne? Einmal die Karte. Umdruf brauchen wir nicht. Müllführungsfahrt, also da hin. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir mal ans Tor springen, ne? Ist es das, das Nord-Ost-Tor? Ne, West-Nord-West-Tor ist das. Ist das das Nord-Ost-Tor? Naja, dann fliegen wir da hin. Mal gucken, ob das hier Power hat. Sieht wohl gut aus. Ach, wir haben gar nicht geguckt, wie weit der Hyperraum geht, ne? Na, die Richtung ist ja jetzt auch erstmal noch gut, ne? Ich weiß gar nicht, wofür das Sternchen da oben ist. Das müsste man nochmal gucken. Okay. Interessantes Schiff hier auf dem Bild. Was ich noch gucken wollte, ist I. Ne, I war das auch nicht. P war schon richtig, aber vorne. Ah, Bewaffnung hat das nicht. Okay. Map. Okay, das hat nicht einen großen Reichweite. Jetzt ist die Frage, da lang oder nicht da lang und da rüber sprengen. Ich weiß nicht, wie lange das braucht, bis wir da durch sind. Da gibt es ein Tor. Ost-Süd-Ost, das ist das, was wir brauchen. Fliegen wir da mal hin. Asteroiden, da kommt einer, oder? Wir sind gut dran vorbeigekommen. Das Tor. Ist auch da. Kommen wir auch rein. Gut. Schauen wir mal gerade noch wie die Karte jetzt weitergeht. Ja, ich glaube, es sind noch zwei Sprünge. Ihr könnt auch gerade dabei bleiben, ne. Ost-Nord-Ost-Tor, das passt. Da ist ein defektes Tor. Okay. Ach, warte. Wir wollten mal gucken, was das hier oben ist. Keine Reaktionsmark für dieses Schiff. Kaufe neue bei der Rapporturlog. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Ah, wir haben kein Dingens mehr. Keine Energie mehr. Erst wieder aufladen. Okay, hier sind ziemlich viele Barocken. Da unten links ist das hier wieder so ein Sektor auch, wo man was bauen kann oder so. Das ist ein zerstörtes Schrottplatz ist das, ne. Doch kein zerstörtes. Ich dachte, das wäre ein zerstörtes Tor. So, dann fliegen wir mal schnell zu dem Tor hin. Hier kannst du so eine Lizenz zum Ausbeuten wollen, dann, ne. Okay. Da ist der Schrottplatz. Dann einmal Torgebühr noch. Oh. Ja. Ladebildschirm und durch sind wir. Und dann noch einmal nach oben und dann sind wir schon da, ne. Ist das das Tor? Ost-Süd-Ost, ne. Eher was mit Norden brauchen, ne. Nord-Nord-West, das passt dann wohl. Ja, läuft. Ja, und dann machen wir schon eine ganze Ecke Geld, ne. Das ist mal gerade einmal noch mal gucken. 117 haben wir jetzt. Ich weiß gar nicht, wie wir zurückkommen, ne. One-Way-Ticket, oder was war das? Einmal durch das Tor hier noch. So, hallo, danke für das Überführen des Schiffs. Ich werde mich jetzt nur überqueren. Wir müssen nur noch mal mal kurz den Blick auf die Zustände des Schiffs werfen. Okay. Ah, die Scanner sind bereits fertig. Kein Schaden entdeckt. Du bist gut mit dem Schiff umgegangen. Vielen Dank. Hier hast du deine volle Kaution zurück. Gern geschehen. So. Und jetzt, sag jetzt nicht, wir sitzen in irgendeiner Drohne oder sowas, ne. Das kann sein. Das ist so. Wir sitzen in so einer Mini-Drohne und da fliegen wir wieder mit nach Hause, oder was? Das ist ja jetzt der Hammer, oder? Äh, ja. Richtig krass mit der Mini-Drohne. Die springt aber ganz schön weit. Ja, aber wenn wir schon mal hier sind, ne, können wir mal gucken, was hier so geht, oder? Ah, Solarkraftwerk. Schwarzes Brett. Und Energiezellen, okay. Was haben wir da für eine Aufgabe? Energiezellen, Lieferung. Wie viel hat denn so einer Ding ins Frachtraum? Können wir da sehen? Masse hat sie eine Tonne, die Drohne und Frachtraum gibt's wahrscheinlich gar nicht, oder? Doch, da, Frachtraum 0. Alles klar. Also gibt's wirklich nicht. So, gut. Okay, dann müssen wir Bescheid. Aber wenn wir hier sind, können wir mal gerade... Ne, hier geht's nicht. Gaskollektor. Hier geht's auch nicht. Ich dachte, man könnte hier vielleicht ein paar Leute anheuern. Aber vielleicht kann man das auch nicht sehen, weil wir jetzt gerade hier im Ding sind, ne? Ich sag schon, in der Drohne sind, ne? Na ja, okay. Das bedeutet, wir müssen zurück, ne? Ja, ich denke mal, wir fliegen dann auch zurück. Ist ja jetzt... Ne, da können wir mit der Drohne jetzt nicht so ganz so viel machen. Da haben wir nicht so die tollen Karten mit einer Drohne. Ich würde sagen, für die Runde soll's dann reichen. Ich fliege zurück zu unserem Schiff wieder. Sattel dann um und dann schauen wir mal in der nächsten Runde, dass wir vielleicht irgendwie uns mal technisch ein bisschen verbessern. Das heißt, ein paar Waffen gucken, die wir kriegen oder sowas. Und dann schauen, dass wir da vorankommen, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Das würde vielleicht Sinn machen, ne? Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt ihr noch kein Abo? Macht eins. Habt ihr eine Folge, die euch gefallen hat, wie diese hier zum Beispiel? Dann gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare unten reingeschrieben, was ihr so davon haltet von dem Spiel, etc. Was für eine Mission ihr vorhättet oder sowas. Und ja, dann teilt das Video noch bei euren Kumpels und Kollegen und dann geht's weiter, ne? Alles klar. Bis dann. Tschüss.